Der Rest ein bleibt zu nahe, ist ruhig und sicher. Machen wir doch lieber Ihren Partner auf ein Tabo-Beer-Monster. Wenn Sie mal einem begegnen, bekommst du ein großes Stück davon. Komm schon, ne? Hörst du mich? Hm? Ah! Hm? Hörloch! Hm? 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 Pass auf, Meleki! Hm? Hm? Mama? 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 Was? Hm? Was? Hm? Hm? Wicht? Wicht namann, ja? Hm? Wih! Danke schön!